ja die haben sich vermehrt die hatten sich vermehrt ja war ein bisschen laut ich lass den kopf einfach bei euch im gehege liegen dann ist es so als wäre nie weg gewesen du bist ein schlimmer mensch das ist jetzt was ich wollte der singhike stecker gesammelt wegen dem hier guck mal er guckt euch doch an hallo ist du eigentlich ein fieser mensch warum hast du noch kein waschbärfell aufgehangen das ist das was ich bräuchte weil ich keins hatte wir müssen waschbären töten was ich will sich nur sein töten wir überreden sie dazu wir sagen wir sagen halt einfach das ist total uncool heutzutage pelz zu tragen was ist das hier das ist wildschwein das ist hirsch warte mal warte mal warte mal wo ist denn hier hasi hier vorne ist was macht denn hier hirsch hirsch nennen wir mal ein bayerisches tier mit a hirsch nennen wir mal ein bayerisches tier mit n noch ein bayerisches tier mit dem fall hier ja habe ich gesehen das ist so bescheuert ich könnte mir das so geöffnet hä was ist denn das hier das ist hirsch c hirsch 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 bin ich überhaupt nicht grausam hallo das verbitte ich mir ein bisschen ordnung hier du siehst mich nicht bin ich kann ich da waschbär hey du siehst mich gar nicht bin getarnt tarn die laine abszenen tarnrüstung ich bin unsichtbar so hier noch hier ist noch hirsch kann hier nämlich hasi hängen hier wird schwein ein bisschen so der tank da hirsch dann hat sie halt noch ein feld jetzt in der tasche nur nicht hier meinen richtigen hagen zeigen sind da halt im kein käfig noch waffen die ich unnützerweise irgendwie ablegen kann ja schon vielen dank lenebine gute nacht schlaf gut schlaf gut gute nacht habe ich denn noch was kann ich denn noch reinpacken was ich brauche ballast was ach so ich bin voll oder was ja scheint ja hier kann ich nirgendwas reinpacken ja macheli tennisch leer auch hier Das war's für heute. So, was haben wir? Molotow-Cocktail habe ich keinen. Brauchen wir Molotow? Ja, einen kann man mitnehmen, schade nicht. Ansonsten haben wir nichts weiter. Man kann doch aus einer Uhr was basteln. Das würde ich noch mal machen. Irgendeine Bombe könnte man noch mal basteln, wa? Ja, wenn man Alkohol hat, kann man das machen. Nee, ich doch fast nicht. Was brauche ich noch? Barrowine? Münzen. Hä? Klebeband. Webriger Sprengstoff. So. Das haben wir. 5356 Schritte. Nice. So. Das haben wir. Wo hast du, siehst du das? Anstatt der Zähler? Den wir gefunden haben? 4.923. Nice. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Wie viel hast du? 5300. Ja, wie kann denn das sein, wenn du in der Hütte bist? Ich bin bis ans Ende der Map gelaufen. Wie geht das doch? Sicher. So. Oh, fuck. Weckdrin hat leider nicht geholfen, hätte ich trotzdem getroffen. Das wollte ich nicht. Ich repariere dich gleich, mein Freund. So, bist du bereit? Achso, essen. Essen sollten wir vielleicht noch einpacken, wa? Hm. Richtig. Getrocknete Echse. Das ist leicht. Ich glaube, das Hase ist hier nicht mehr so gut, wa? Wo? Doch, getrocknete Hase. Getrocknete sind immer gut, ja. Ne, weil der sah ein bisschen, der hat so ein bisschen grün geschimmert. War ich mir nicht so sicher. Ja. So, dann würde ich... Warte mal, kann ich hier noch... Haben wir eine Rüstungsstände? Ne. Für... Die Manfred Rüstung? Ne, ne? Ne, hätten wir noch bauen müssen, aber... Ja, ist aber nicht so schlimm. Ich habe ja bloß zwei Stück. Noch eine Rüstung habe ich halt. So schlau ist auch voll. Ist das das? Pfeile... Mach ich mal noch. Sicherheitshalber. Ja, das Ding ist bloß halt... Ich habe keinen Alkohol mehr, damit ich mir Brandpfeile machen könnte. Dann machst du ja halt normale Pfeile, aber was hältst du denn davon? Ja, habe ich ja. Die müssen doch nicht brennen, oder? Wenn du Giftbären hast? Stimmt, aber ich glaube, die hast du gesagt, sind nicht so effektiv, ne? Ja, besser als gar nichts, oder? Du machst dir... Knochenpfeile. Nein, ich... Äh, ich habe auch ja keinen... Ich sehe gerade, ich habe ja keinen so einen Beutel. Man kann ja auch Knochenpfeile machen, so... Wo ist denn das Hasi? Wo ist denn das Hasenfell hier? Nochmal. Hä? Hallo? Hier ist er doch. Hallo? Wasi... 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 Kann ich noch machen? Hasenfellstiefel, da bräuch ich es gerade nicht. So. Hast du alles jetzt? Ich denke schon, ich habe sogar noch Menschenbeine. Also ich habe richtig viel Proviant. Na dann. Mein Wasserschlauch ist voll. Kippe ich mir jetzt gleich nur noch mal schnell was zu trinken ein. Ja, ich will mir ganz kurz nur noch mal was zu trinken hier mitnehmen. Bixen. Davon habe ich nämlich keine mehr. Ja, wir werden gleich ein bisschen was finden. Ja, ein bisschen, aber man könnte davon nicht genug haben. Oha. Anna, du bist ja schon wieder wach. Einen wunderschönen guten Morgen. Ist ja schon... Eieiei. Hä? Wie, wann ist denn schlafen gegangen? Ähm... War gar nicht so lange her. 22 Uhr? 21, 22 Uhr hat er. Äh, wir haben ja auch einen... So, wir haben ja beide einen richtig festen Schlaf auf. Es schlaft genauso wenig. Ey, na? So. So. Bist du bereit jetzt, oder wie? Da bist du. Ja, ja. Ich bin ready, glaube ich. Na dann, auf geht's. Ähm... Ähm... Ja. Wo habe ich denn mein eines Ziel markiert? Da ist das eine. Ach, da sind die beiden gelben. Wo willst du jetzt hin? Na, ein... Da, wo das andere gelbe ist, da. Nein. Wir wollten doch zur Höhle, oder nicht? Ach so. Stimmt, da war ja eine. Lol. Dein Ernst? Absolut. To-Do-Liste. Erkunde weiter die Höhle der Anwälte. Waren wir da doch schon drin? Ne, das war nicht die Höhle der Anwälte, wo wir drin waren. Dachte ich erst. Das ist die Höhle der Anwälte, glaube ich. Ach. Warte mal, was sagt denn unsere Karte? Gucken wir auf die Map. Ich glaube... Ja. Das will ich schon sagen. Ich glaube nicht, weil sonst hätte die To-Do-Liste jetzt nicht ausgeschlagen. Hat die ausgeschlagen? Hat sie. I don't know. Na, du guck mal. Koch, top. Ich kann die wirklich nicht schlafen. So. Was hat das Speicher? Ich erkläre nochmal. Wie lange streamt ihr noch? Weiß ich nicht. Ich denke mal, die Höhle macht mal hier noch, ne? Ja, nö. Wir machen jetzt. Jetzt Schluss. Nein, keine Ahnung. Das ist immer schwer zu sagen. Dann, wenn uns die Müdigkeit überwandt. Also wir sagen immer, immer open-end. Ja. Also wenn du nur eine Rauchen gehen willst oder auf Klo, dann kannst du dir sicher sein, sind wir noch da. Huch. Ah, 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 ah. Alles gut. Ich hab mir nur meine Zigarette quasi selbst aus meiner Hand ausgedrückt. Na dann. Hm, wenn's weiter nix ist. Oh, Babys. Babys. Das heißt, wenn da Babys sind. Warte mal, wenn da Babys sind, da eine... Warte... Haha. Hast du dieselbe Idee wie ich gerade? Ich hab meine Bombe verschwendet. Dynamit ist tatsächlich... Ja, besser. Mach Dynamit. Die Bombe nehmen wir auf Fälle für einen großen Bogen. Da unten ist noch einer, ne? Kleine Kinder, die platzen oder sowas. Gibt's schöne was? Wer weiß nicht. Nun, kleine Kinder, die nicht platzen. Okay, seh ich einen. Huch, ey, hallo. Wow. Warum werden das Hornig? Okay, dann geht's nicht einen Kaffee machen. Ich hab meine Kinder machen, mein Gott. Ja, also... Kaffee machen geht locker. Hallo. Schau mal. Oder, was sagst du? Kaffee... Kaffee machen ist locker drin. Kaffee wäre eigentlich schon eine geile Idee, ja. Und rauchen tue ich eh... Was? Tue ich eh neben dem Stream. Ja. Na süß so. Oh. Nach die Anna, oder was? Ähm, ja. Aber Anna, Anna, oder die andere mit dem Namen, der neu ist? Ne, gibt's da zwei unterschiedliche? Ja, Mi, 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 La... Mianiki, ne, Mianiki ist ja Anna. Und Anna ist Anna, oder was? Ne, und... Ne, nein. Anna hieß... Hieß mal Anna. Wer hat denn grad geschrieben? Immerher Gott. Na, Mianiki. Mianiki hat mir geschrieben. Dann sag es doch. Ja, aber die hieß ja mal Anna. Ja, wahrscheinlich immer noch, aber die Sache ist ja die... Also wenn du Anna meinst, meinst du... Okay, das war doch mal eine Frage. Neues Tier entdeckt. Was hab ich denn jetzt hier unten für ein Tier entdeckt? Riesenschildkröte? Dich kenn ich doch schon eine Weile. Oh, guck mal, da sind noch ein paar Freunde. Irgendwas ist drumher gehobst. Ja. Mh, aber leider kein Alkohol, kann keine Bomben bauen. Und wir... ...Dolperdraht bauen. Warte. Kann ich... Warte mal. Kann ich hier auf dem Fußboden... ...eine Blattfalle bauen, die man anzündet, wo die dann Brennwände durchlaufen? Das würde mich mal interessieren. Das weiß ich nicht. Eigentlich wär das ja unlogisch, aber... Sie hat grad geschrieben, ich hab nur den Namen geändert. Sie hat keinen zweiten Account. Ich versuch dich mal derweil zu schützen, ne? Können wir jetzt. Die Leute, die sich abholen. Oh Gott! Schön, dass du das auch schon merkst. Ja, ach so. Ich dachte, da ist noch ein... Okay. Ein Körperklaus. Ja, nee. Kann sein, dass da noch einer kommt, aber... Oh Gott, ist die Überrüstung... Oh, ekelhaft, Alter. So abartig. Doch, ja. Hm. Übelst. So, weiter geht's, ja? Mhm. Na dann. Hallo. 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 Echoo. Hallo. Echoo. Da hinten kommen noch welche. Da hinten läuft viel Rüstung rum. Aua. Aua. Entschuldigung, ich spring mal ganz kurz ins Wasser, ne? Ja, so geht's auch. Ah, hab ich an deinen Rücken gepackt. Gibt's ab. Oh, warte mal. Die verpullen sich gerade gegenseitig. Tschau, Odelan. Und tschüss. Oh, die sind klein. Und hier. Ich sehe schon, wir haben hier einen gut fluktuierenden Handel von... Oh, Alter. Es riecht so süßlich. Mein Streamer-Finger direkt hier, zack. Gleich alle an Geld einsammeln. Außer du zahle ich ein Taschengeld, Lul. Hashtag Trinkgeld. Hattest Juby denn jetzt verstanden? Weiß ich nicht, ob er es verstanden hat. Hast du es jetzt verstanden? Ja. Mit Anna. Ja, dass wenn du Anna meinst, meinst du, äh, genau. Ja, Niki, genau. Hat einfach nur den Namen geändert. Ja, ja, aber ich wusste ja nicht, ob du die meinst. Weil vorhin hast du sie ja nicht mit Anna angesprochen. Doch. Das hat der Anna gesagt. Das hat mich ein bisschen irritiert. Ich hab sie die ganze Zeit mit Anna angesprochen. Gib mal ein Schnitzel. Gute Nacht. Er geht ins Bett. Schnitzelchen, schlaf gut. Und, äh, wenigstens einer, der aus dem Discord hier mal reinguckt, weißt du? Sechs Leute im Discord online und keiner guckt bei den Streamen. Du kannst da noch mal reingehen und sagen, thank you. Dann gerne von mir ausrichten. Danke. Das macht der auch noch. Joa. Grüße von mir. Ich soll ausrichten, ähm, warte, ich guck auf den Zettel. Da steht, fickt euch. Hahaha. Oh, achso. Trotzdem dürfte ihr, falls irgendeiner zuguckt und den Discord noch nicht gejoint ist. Eben gerne joinen, sind theoretisch nette Menschen da. Ja, rein theoretisch ist das wohl so. Joa, doch. Wir sind schon nett. So, werft ihr hier noch irgendwas ab? Aua. Die Uhren kann ich leider nicht mehr tragen. Ne, ich auch nicht. Oh, wir haben aber die ganzen Passagiere gerade gefunden. So viele Rolexis. Hast du gehört? Alle? Naja, ein paar haben wir jetzt schon. Passagier, Platz 6D. Ach so, da unten wird mir mal angezeigt. Ja, genau. Oh, was haben wir da für Klamotten? Ich weiß es nicht. Was anderes als den Anwalt. Oh, mal angezogen. Abwechslung muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein. Nur mit Gunnie Socks bist du trotzdem allein. Weißt du, wie das Schwein? Hm. Sieht hier doch aus, als würde hier gleich irgendwas... Spielfigur? Aber hier waren wir schon mal. Das kommt mir so bekannt vor. Meinst du? Hm. Nee. Hm. Doch nicht kann. Boah. Oh, Dynamit. Hast du noch Dynamit in der Tasche? Hier läge nämlich noch ein bisschen was rum. Nee, kann ich mitnehmen. Oh, das ist aber nett, danke schön. Guck dir das auch bei mir mal kurz rein. Guck mal hier. Ist da noch mehr? Ja, hier in Zwischengang ist noch alles. Ach so, nee, jetzt kann ich nicht mehr tragen. Du bist voll. Tudeli-tudeli-tudeli-fri. Ah Koffer. Ungeöffnet. Ah, ungeöffnete Koffer. das ist neust stecker und tücher und tücher und stecker warte mal ja ich finde es bei den jetzt nehme ja den kannst du auch eigentlich anzünden das war mein plan aber das ist total dumm weil ich nämlich selber auch okay also Also, I don't get it. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja. Wow. Aber die Eingeborenen können das, weißt du? Die haben das perfektioniert. Achso, da oben warten noch ein paar auf uns. Die haben nicht mal ein Feuerzeug. Feuer, Feuerzeug aus. Ja, wow. Oh, das war laut. Oh, haben wir hier Fußfetischissen unter euch dann? Ergötzt euch. Du brauchst auch nicht mehr schleichen. Oh nein. Ich bin weg. Ciao. Was ist denn da? Was ist denn da schon wieder? Ich hör was. Huh. Aua. Work, 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 work. Willst du gleich den Lagerfeuer aufbauen bei den beiden? Jo, naja. Warte mal. Mach ich mal hier vorne. Dann baust du doch genau da, dann brauchen wir die doch gar nicht rein. Ne, aber wir müssen ja eh innen. Aber wenn du genau da einziehen musst, brennen wir doch so instant, oder nicht? Naja, das Ding ist, ich kriege es hier nicht hingebaut. Achso, uuuh. Ja, Moment, hier kriege ich eins hingebaut. Oh, hier ist da eine... Ich guck mal kurz, das ist... Wird es ja wohl nicht... Oh, scheiße. Doch, hier geht... Ah, fuck, hier geht auch durch. Oh nein, wieder links und rechtsentscheidung. Oh mein Gott. Oh, wir lieben so eine Entscheidung, ne? Ich hasse das. Durch eine Holzwand oder irgendwo hochklettern? Ich würde ja fast sagen, eher runter statt hoch, gell? Können wir machen, ja. Also, hoch ist ja meistens so, wie der geht hier wieder durch die Ausgabe. I don't know. Ich höre doch schon wieder, ja. Ich glaube, das ist da oben. Ne, der kommt von... Keine Ahnung, wo der hier kommt. Das ist ja clever. Handy laden und dann rum auf dem Handy den anderen streamen gucken. Nein. Wie viele Knochen kann man eigentlich tragen? 15, glaube ich. Nur? Hm. Du brauchst doch mal 6... ...und 3 Tuch für eine Rüstung. Hm. So, komm. Wo... Also, was sagst du, Holzwand oder Klettern? Ja, ich würde erstmal Holzwand, weil Klettern ist nach oben das... ...so ein Ding, das wir heute wahrscheinlich sowieso wieder wählen werden und was zurückkommen. Na dann. Vielleicht ist es auch wie Holzwand und ich gar nicht sagt, dass da kommt gar nichts. Im besten Fall. Ah, ich weiß, wo wir sind. Ist das gut? Ne. Also, ja schon. Wir sind hier bei der Baby Cave. Oh, da waren wir doch schon. Ja? Die Baby Cave haben wir doch offensichtlich schon mal gehabt. Ah, ne, ne. Ne, ist nicht die Baby Cave. Ist die Menschenhöhle. Menschenhöhle? Aber da unten ist auch noch ein Muschiklaus, also von daher. Aber Alkohol haben wir aber noch nicht gefunden. Ja. Bye, bye, Muschiklaus. Boom. Zack. Wow. Das hat ihn ja reichlich gar nicht interessiert. What the fuck? Immer noch nicht. Was ist denn los mit dem? Was hält denn der aus? Der Gigaschieter. Oh, jetzt ist er an seine Einzelteile zerfallen. Cool. Ob man da jetzt was einlammeln kann? Nein. Oh, tschüss. Oha. Hehehe, guck mal he. Hehehe.